Akt 3. Die Wein- und Käsegesellschaft. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so in Schale werfen würdest. Vielleicht hältst du lieber die Klappe. Wir versuchen, etwas Ruhe zu haben, bevor es losgeht. Okay. Befreist du mich aus diesem Stuhl? Hör auf zu zappeln. Du wirst das hier brauchen. Vielen Dank. Klar. Wie sieht es aus da draußen? Lokalisiere Dr. Emeril. Sie glauben sich in Sicherheit. Alle konzentrieren sich auf die Party. Dein wahnsinniger Plan scheint zu funktionieren. Und Dr. Emeril? Ich habe sie noch nicht gesehen. Aber sie wird entweder bei der Party oder in ihrem Büro im F&E Labor hier auf der Insel sein. Ich mische mich bei der Party unter die Leute. Du süffelst also Champagner, während ich in eine Hochsicherheitsanlage einbreche? Du hast wohl an alles gedacht. Ich heb den Cocktailwürstchen auf. Oh. Na dann. Irgendwie passen die gut zusammen. Ich kann meine Tarnung nicht die ganze Nacht aufrechterhalten. Aber in wenig Zeit haben wir noch. Du kannst also nicht mit mir zur Vordertür raus. Das ist sowieso der schnellste Weg zum F&E Labor. Ich habe das Sicherheitssystem des Hintereingangs deaktiviert. Aber es wird Wachen geben. Meld dich, wenn alles in Ordnung ist. Und Jack. Du weißt, worum es hier geht. Es geht nicht um Rache. Ich bin nicht wegen Paul hier. Viel Glück. Hey, entkommen! Ich wünsche dir, der hat auch diese Fähigkeiten. Verdammt, das wird morgen ganz schön wehtun. Meine Kräfte wuchsen und ich lernte sie besser zu kontrollieren. Ein großartiges Gefühl. Wer hat diese Türen gebaut? Hilft wohl nur mehr Tempo, um da durchzukommen. Haben wir noch was, was wir interagieren können? Nein, haben wir nicht. Oh, Gott. Wow. Also. Okay, super. Ich guck mal hier drinnen. Sehr science fiction-mäßig und sehr monark. Aber es scheint, dass es nicht von Ihnen Auftrag gegeben wird. Nee, anscheinend nicht. Das ist glaube ich von Beth. Denke ich mir mal. Hey Beth, ich bin soweit. Was jetzt? Du wirst gleich einen Radarturm sehen. Sag Bescheid, wenn du drin bist. Was jetzt bin ich noch nie? Vielen Dank. Du hättest mich nur sparen können, Beth. Wow. Gott sei Dank. Klingt wirklich lustig. Okay, was haben wir hier? Oh, das ist doch nett. Hier sind zwei Kronokapseln. Was war eigentlich hier? Oben. Geht's weiter? Hoch mit dir. In Ordnung. Das war knapp. Hey, es waren nur unsere Leute da. Wir können erzählen, was wir wollen. Wir nennen es einen Unfall oder schieben es Joyce in die Schuhe. Ja, er kann ruhig der Sückenbox an für das, was er angestellt hat. Wie hat er mich bitte gesehen? Gib einfach auf. Alles klar? Die Zeit fühlte sich hier zerrissen an. Wahnsinn. Der Zeitstrang der alten Kanone fühlte sich lose an. Ich konnte sie verändern. Abgeschlossen. Da muss er auf jeden Fall rein. Gutes Ziel für eine Kanone, Jungs. Ja, sehr gut. Das ist hier. Okay, nächstes Mal schnell. Ja, ich bleibe etwas trocken. Ähm. Da vorne. Irgendwo da vorne. Wie komme ich denn da hin? Oh, gar nicht geplant. Hm. Ich will dieses Busen gar nicht mal machen, aber das... Keine Ahnung. Mhm. So. Wie kann man die jetzt verändern? Hm. Ich habe nachgelebt. Die Berechnungen von Monarch geben an, dass die Anomalien häufiger auftreten werden. Wenn einer auftritt, während wir uns Dr. Amaral schnappen... Wirst du in der Zeit eingefroren? Ja, ich weiß. Das ist ein Risiko. Monarch-Spezialsoldaten haben Anomalien-Schutzanzüge. Ich wette, Dr. Amaral hat auch einen in ihrem Büro. Ich schaue mich um. Vielleicht kann ich einen für dich finden. Wie komme ich jetzt hier hoch? Ja. 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 Toll. Warum nicht gleich? So einfach durch. Das war ja easy. Ich habe gehört, Serena hat Joyce in der Zelle besucht. Ja. Ich habe gehört, dass ihn das persönlich interessiert hat. Und jemand hat gesagt... Es ist, weil beide... Kräfte haben. Ich denke, so muss man das wohl nennen. Ich habe auch gehört, dass es um etwas Persönliches ging. Was treibt dieser Serena eigentlich? Ich dachte, Hatch wäre der oberste Chef. Einerseits schon, andererseits nicht. Hatch ist das offizielle Gesicht. Serena... Was machst du? Lauf doch! Was machst du? Lauf doch! Meine Güte! Lauf doch! Hatch ist das! Lauf doch! Lauf doch, ich bin nett. Super, noch einer Sorry Das hat sie wirklich keine Absicht Mag lieber First-Person-Shooter Oh, fuck So, erstmal deine Fresse rein Jack, ich habe das Sicherheitssystem deaktiviert und das Tor entriegelt, das zum Turm führt Sag Bescheid, wenn du dort anrufst Also das Sicherheitssystem deaktiviert, meine Güte Ich muss zum Radarthorn Okay Okay, nächster Halt, Radarthorn So, erstmal die Pistole, so Was haben wir hier noch? Äh, ja Ja, nehme ich gerne mit Haben wir hier noch irgendwelche Handlungsobjekte, mit denen wir interagieren können? Ja, das Komme ich da hin? War ich da irgendwie dran? Nee Oh, scheiße Oh, scheiße Beth Ich bin beim Radarthorn, wo ist das Labor? Unter dir Alles streng geheim Der Lift im Inneren bringt dich runter Ernsthaft? Was ist das hier? Das Geheimversteck eines Bond-Bösewichts? Ach, du hast ja keine Ahnung Und ich freue mich nicht in das Haifischbecken Scheiße Gucken wir mal, ob wir irgendwelche Updates machen können Können wir tatsächlich Höhte Reichweite Nee Wuschen Ja, das machen wir Oder? Haben wir noch mehr Optionen? Wer hat der Fokus? Nee Wuschen machen wir So Super Ähm Wir müssen wir jetzt rein Hier ist noch irgendwas Ähm Okay Du bist da gerade 0,5 Meter gefallen und bist gestorben Ich bin beim Radarthorn, wo ist das Labor? Unter dir Alles streng geheim Der Lift im Inneren bringt dich runter Ernsthaft? Was ist das hier? Das Geheimversteck eines Bond-Bösewichts? Ach, du hast ja keine Ahnung Fall bloß nicht in das Haifischbecken Scheiße So Jetzt sind wir hier oben Gehen wir hier mal rein Meine Tür ist ja auch einfach so offen Das ist ja Ne? Ich weiß, Sie haben jemand anderes erwartet Der Stream fängt an Geben wir Monark das Publikum, das sie verdienen Die notwendig sind Damit wir weiterhin die Kontrolle behalten Und darum geht es heute Nacht Die Zukunft Wir wussten alle, dass dieser Tag kommen würde Auch wenn sie nicht wissen, was das bedeutet Hey, Beth Ich gehe runter in die Labore Geht's nach unten? Okay Auf der Party gibt es ein kleines Durcheinander Serenes rechte Hand ist auf dem Podium Es hätte aber Serene sein sollen Jetzt fahren wir hier ein bisschen die Fasche runter Wenn wir natürlich nichts machen Das ist jetzt nicht zu gut Sag bloß Wir haben Choice gefunden Okay Unfassbar Äh Hab ich grad irgendwie rausgepackt? Kann mir grad zuvor Ja gut, äh Kann man machen Was ist sonst chillig? Warum leckt das denn so? Danke für deine Mission auf jeden Fall Deine Mission nehme ich auch noch mit Kann ich, kann ich Warte, das können wir gleich ändern Danke für deine Mission Danke für deine Mission Haben wir hier noch irgendwas zum Entdecken? Ne, hier ist einfach gar nichts ... Äh Ne 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 Ich glaube, die Tür hat Tourette. Danke für die Munition. Ich weiß, dass ich hier nicht lang muss, aber ich will hier lang. Ist das so eine geile Drohne, Alter? Das war eine Art Überwachungsdrohne. Die Tatsache, dass Monark auch Augen im Himmel hatte, beunruhigte mich ein bisschen. Ja. Verständlich. Das würde mich tatsächlich auch beunruhigen. Komm ich da rein? Was ist das? Was ist das? Was ist das, ob ich ausgesault werde? Konondämpfer, alles klar. Da haben wir auch nochmal was. Aber ich würde mich jetzt mal interessieren, wie ich da jetzt hinkomme zu den Dingern. Da sind wir jetzt gerade ziemlich stark. Muss ich ehrlich sein. Muss ich eine Möglichkeit geben, dahin zu kommen? Oder etwa nicht? Rein theoretisch muss es doch möglich sein. Ich habe sowieso gut. Aber wie komme ich denn da hin? Ach hier. Vielleicht doch rauf. Komm. Sag rauf. Sieht aus, als wäre das dann nicht zu. Also, ich weiß ja nicht. Ich muss doch irgendwie da reinkommen. Oder etwa nicht. Egal, dann gehen wir nochmal weiter. Das dauert nicht zu lange. Ja. Ich muss zu Doktor Emeralds Büro. Als Paul mich in der Zelle besucht hat, sagte er, die Zeit sei ein geschlossener Kreis. Glaubte, dass der Riss nicht repariert werden könne. Beim Anblick der Größe dieses Labors begann ich mir Fragen zu stellen. Wenn die Zeit enden würde, warum dann das alles? Ja. Das stimmt, die haben wir dieses Scheiß anzuhören, ne? Ja. Belastend. Oh Gott. Ähm. Hi. Na? Ja, will ich da gar nicht rein. Ähm. Das war auch nicht geplant. Ah, hier komme ich doch dann an die Krono-Plappelle. Richtig. So ist das schön. Aber, aber hier war noch irgendwo eine. Ja. Das wäre erledigt. Weil ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Das Diagramm zeigte, dass die größten technischen Erfindungen von Monark ab 2010 begannen. Zur gleichen Zeit begann auch etwas anderes. Ground Zero. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. WTF, Alter. Oh fuck. Was ist das für ein Typ, Alter? Betreibt halt. Was ist das für ein Typ? What the fuck? Ja, richtig, Digga. Ja, ich wollte gerade meine Klappschufritte nehmen. Aber wie soll ich das denn machen, Alter? Ja, erklär mir bitte, wie ich das machen soll. Das ist doch scheiße. Was soll ich denn gegen das Ding machen? Ich habe darauf geschossen. Na...